Smokies Balanced Hook Baits Servus, grüß euch! Willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Heute möchte ich euch die Smokies Balanced Hook Baits vorstellen. Balanced Hook Baits haben wir eigentlich schon länger im Programm. Das sind schwerelose Hakenköder, die nicht so schnell in Schlamm oder Kraut einsinken, die das Hakengewicht eigentlich aufheben und leichter eingesaugt werden vom Kapfen, weil es viel leichter sind als die herkömmlichen Bullies. Das waren jetzt die grundlegenden Vorteile der Balanced Hook Baits. Das Ganze haben wir jetzt kombiniert mit unserem neuen fluoreszierenden Smokie Effekt. Die Smokies haben wir vor kurzem herausgebracht als Popups, wo wir wirklich ein starkes, positives Feedback bekommen haben von den Kunden. und schöne Fische gefahren sind damit. Ich will noch einmal Danke sagen für euer Vertrauen. Der Hauptvorteil von den Smokies ist natürlich der visuelle Reiz unter Wasser, was durch den fluoreszierenden Effekt hervorkommen wird. Das Ganze ist natürlich wieder mit dem natürlichen Attractor Aminol versehen. Bei den Balanced Hook Baits Smokies haben wir jetzt die ganzen Vorteile von den zwei Produkten kombiniert. Und das Ganze gibt es jetzt dort wieder in Dampelform. 16, 20 und 25 mm. Abgefüllt werden sie in so 150 Gramm Dosen zu je 8,99. Geschmacksrichtungen gibt es wieder die beliebte Candy. Dann noch Spicy und Fisch, wie bei den Smokie Popups. Ja, wir vom Team haben das Produkt auch jetzt schon länger gefischt und haben schon sehr gute Erfolge damit gehabt. Ich persönlich kann es natürlich wieder nur sehr weit empfehlen, wie alle Produkte vom Hause Boiler und Moi. Aber probiert es. Es wird mit Sicherheit wieder tolle Fisch fangen. Coole Sessions haben. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine tolle Zeit. Title 1 und bis bald. Euer Max, führte euch! ´char ´sch marque ausgeht voll ´ä